Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Konarium. Ich hätte gerne meinen Handschuh wieder. Was? Was? Okay. 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 Okay, eine Federmaske, die ich vom Kopf eines ewigen Grunenskletts genommen habe. Die verblassten Farben, die sich noch auf den mittleren erstarrten Fehlern erkennen lassen, schließend darauf, wie farbenprächtig sie einst gewesen sein muss. Danke. Alter, was geht hier vor sich? Hier ist nix. Boah. Da liegt auch schon wieder einer drinnen. Oh, da auch. Oh. Oh. From some of the boss reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon-dead city. But, while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful-looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. Okay. Tago-Eintrag. 10.000-V. Müsstenswert auf die letzten Seite gehen. Durch einige Olden, die wir gestattet haben. Wänden verankert. Okay. Also mit dem kann ich nichts machen. Aber irgendwie muss ich dort so weiterkommen. Hier geht's nicht weiter. ... ... ... ... ... Ähm, geht auch nicht. Naja, aber wenn ich da nicht durchkomme, mit dem hier nicht interagieren kann, was mache ich dann? Und was ist das dahinter für eine eklige Suppe? Okay. Kann ich nichts machen? Da kann ich nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Hm. Ja, was nun? Hä? Hier kam doch gerade ein komisches Geräusch. Ähm, Handschuhe auswählen. Irgendwo. Lass mich hier raus. Irgendwo muss es doch weiter gehen. Von da haben wir diesen gelben Stein. Hm. Guck mal, wo wir den gelben Stein hier einsetzen können. Was, jetzt piept der Handschuhe noch nicht. Nee. Immer noch nicht. Ah. Aha. Aha. Und jetzt? Oof. Oha. Oha. Ein Diagramm, das aus mehreren Symbolen steht. Ich habe den rötlichen Kristall auf die noch immer reine Spitze eines merkwürdigen Maschine aus Metall gesteckt. Er passt perfekt. Als ich die Maschinermittel des Hebels in die Ausgangsposition zurück gesetzte, wurde diese Glypfe an die Wand projiziert. Kann man das jetzt noch irgendwie drehen? Nein. Da ist was rotes. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Interessant. 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 Aber ansonsten passiert hier nichts mehr. Schade. Ich dachte, man könnte das hier vielleicht noch irgendwie drehen. Anscheinend nicht. Aber das Geheimnis auch entdeckt. Und weiter geht's. Müssen wir jetzt doch wieder zurück. Mal gucken, ob wir hier noch einen Stein rausholen können. Das sah doch ganz merkwürdig aus, das Symbol. Ne, hier kann man nichts mehr rausholen. Schade. Dann gehen wir weiter. Was? Was? Was für ein Geier war das? Was? Okay, die sinkt. Um... What was that all about? A vision perhaps? I think somehow it has something to do with the intense headaches. Um... What? 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 Dann gucken wir noch mal hier oben. Da können wir auch nichts machen. Der Anschluss lässt sich auch nicht aktivieren. Hier geht es nicht weiter und hier ist auch Blut. Läuft. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Den Holoraum. Ja und? Mit Licht geht das nicht. Jetzt. Mach kaputt die Wand. So, was sich aber da verwirkt, das erfahren wir im nächsten Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann bleibt entspannt. Genieß den Tag und bye bye.